Hallo Lisa. Hallo Paul. Was machst du so? Ich war gerade mein Lohnabholen von diesem Monat. Ah, okay. Wie viel verdienst du denn? 4300 Franken im Monat. Ich arbeite ja im Detailhandel. Und du? Hä? Ich bekomme 4600 Franken im Monat und arbeite auch im Detailhandel. Wieso ist das eigentlich so? Eine Frau verdient viel weniger, weil eine Frau jederzeit schwanger werden kann, Männer mehr Geld brauchen für die Familie und es kommt ebenfalls auf die Berufsbranche davon. Ein Mann hat mehr Zeit für seinen Beruf als eine Frau. Frauen kümmern sich im Schnitt mehr um die Familie als Männer. Wir alle lieben Zahlen. Deshalb haben wir noch ein Liniendiagramm für euch bereit gemacht. Ein Mann, der alleine lebt, verdient mehr als eine Frau, die alleine lebt. Ein Mann, der verheiratet ist, verdient viel mehr als eine Frau, die verheiratet ist, die Vollzeit arbeitet. Da in den meisten Fällen die Frau sich mehr um die Kinder kümmert. Fazit. Ein Mann verdient mehr, weil er mehr Zeit in einen Beruf investieren kann. Es gibt oft grosse Meinungsverschiedenheiten. Allerdings gibt es kein richtig oder falsch. Ah, jetzt ist das logisch. Weshalb du weniger verdienst. Ja, aber trotzdem würde ich gerne mehr verdienen. Das war's dann mit unserem Lernfilm. Ciao. Ciao. Ciao.